Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, eher kurzen Video, wo ich Sven Braun Ihnen ein paar Features von Eclipse vorstelle, die ganz praktisch sind. Und zwar das erste, was man hier schon sieht, ist, ich habe eine Extension runtergeladen, die heißt Darkest Dark Theme, wo man halt noch deutlich mehr am Aussehen einstellen kann. Wo man dann auch so eine nette kleine Launch-Übersicht kriegt, die man aber auch abstellen kann, wie hier erklärt wird. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man da so lustige Gespräche bekommt beim Starten. Das ist natürlich nicht immer der gleiche, sondern ab und zu mal verschiedene. Allerdings dauert die Starten zumindest auf meinem Rechner ein bisschen länger. Aber gut, dafür kann man halt, wie ich jetzt Ihnen die Einstellung zeige. Man kann deutlich mehr einstellen, was Farbwahl angeht. Und zwar kann man hier einmal das Theme an sich einstellen, also wie der Hintergrund aussehen soll. Und man kann auch das Editor-Theme, also die Wahl für die einzelnen Keywords und so umstellen, wenn man das denn möchte und braucht und haben will. Kann man sich das auf jeden Fall ganz angenehm customisen. Dann kann man hier noch sogenannte Brotgruben anstellen. Das sorgt dann dafür, dass hier oben angezeigt wird, wo wir uns gerade befinden. Ist eigentlich ganz praktisch. Und man kann dann auch da so etwas aufklappen und direkt in eine andere Datei springen. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass Sie diese oder irgendeine andere Extension unbedingt auch haben wollen, dann gehen Sie einfach hier oben auf Help und dann Eclipse Marketplace. Da gibt es jetzt insgesamt drei verschiedene Marketplaces. Einmal den Eclipse, dann den Obeo und den Red Hat Marketplace. Und hier gibt es auch eine Suchfunktion. Aber die Extension, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, finden Sie einfach, indem Sie hier auf Most Popular gehen. Und dann steht hier auch schon ganz oben. Klicken Sie einfach auf Installieren. Und dann bei der Installation kann man dann auch auswählen, was man alles haben möchte. Für das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, braucht man nur das erste. Klickt dann einfach auf Install, startet das Programm einmal neu und dann hat man das. Und beim Start fragt er einem dann, wie man das konfiguriert haben möchte. Aber kann man natürlich auch in den Einstellungen, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, noch nachträglich ändern. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie man dafür sorgt, dass die Code-Vorschlage von Eclipse immer angezeigt wird. Also Sie kennen das wahrscheinlich schon, wenn man einen Punkt schreibt, dann schlägt er einem vor, was man schreiben kann. Oder wenn man STRG und SPACE drückt, STRG und LEERTASTE, schlägt das einem auch vor. Man kann dann nochmal STRG und LEERTASTE drücken, um so zwischen verschiedenen Sachen durchzuswitchen. Oder natürlich scrollen, aber da werden halt verschiedene Sachen angezeigt, wie hier unten auch steht. Aber man kann dafür sorgen, dass das einem immer angezeigt wird. Und zwar geht man dazu in die Einstellungen, also auf Window und dann Preferences. Dazu geht man auf Java, dann Editor, dann Content Desist. Und neben vielen anderen Sachen kann man dann hier die Activation Triggers für Java eintragen. Da ist momentan nur der Punkt drin. Jetzt kann man dazu da einfach das ganze Alphabet reinschreiben. Das habe ich auch nochmal unten aufgeschrieben. Wir können Sie es einfach reinkopieren. Und dann wird das immer aktiviert. Das machen wir noch ganz kurz. Das habe ich jetzt gemacht. Und wenn man dann noch APPLY und CLOSE geht, dann wird das auch direkt übernommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach irgendein Buchstaben wie I oder so schreibe IF, dann legt der einem hier bereits einfach das Konstrukt für ein IF-Statement vor. Und dann kann man dann mit ENTER das vervollständigen. Und es geht auch ein bisschen advanced. Also man kann auch so direkt überprüfen, ob es 0 oder nicht 0 ist. Und so ein IF-ELSE-Block geht auch. Und natürlich kann man auch schleifen. Und wenn Sie das schon kennen, try-catch-Böcker damit bauen. Geht eigentlich fast alles damit. Dann kommen wir nun zum nächsten Feature. Das sind die sogenannten SAFE Actions. Dort werden von Eclipse selbst automatisiert, sobald Sie speichern, bestimmte Sachen ausgeführt, die zum Beispiel Imports hinzufügen oder den Code richtig einrücken. Das ist oder halt Annotations einfügen, wenn Sie das denn möchten. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das geht. Dazu gehen Sie wieder in die Einstellungen. Und hier sind die sogenannten SAFE Actions heißen die. Die können Sie einfach oben SAFE eingeben. Und dann finden Sie das auch ganz schnell. Und dann kann man das hier anstellen. Dann kann man also den Code richtig einrücken, das Format Source Code. Da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie das aktivieren möchten, nur die editierten Zeilen zu formatieren, weil sonst auch an anderen Stellen was verändert wird. Was nicht immer ganz praktisch ist. Vor allem, wenn Sie dann mit Git oder so arbeiten, werden die Zeilen auch als verändert angesehen, obwohl Sie da eigentlich nichts gemacht haben. Dann was hier noch sehr praktisch ist, dass die Imports, also die Sachen, die immer ganz am Anfang oder fast ganz am Anfang der Datei stehen, dass Sie nicht selbst machen müssen, sondern dass sie automatisiert von Eclipse eingeführt werden. Zusätzlich kann man noch so, also Additional Actions, kann man noch so Add Override und Add Deplicated, falls Sie das dann brauchen, anmachen. Und man kann da auch noch wesentlich mehr einstellen. Aber da müssen Sie sich dann selbst einlesen, weil da weiß ich, das sagt auch nicht weiter. Also da habe ich mich auch noch nicht zu viel mit beschäftigt. Dann kommen wir nun zum nächsten Feature und das sind die sogenannten Fehlermeldungen oder Warnings und Errors. Da kann man einstellen, was man, vor was man gewarnt werden möchte, was ein Fehler werfen soll und was nur als Info eingestellt werden soll oder was Eclipse einfach komplett ignorieren soll. Dazu geht man wieder einmal in die Einstellungen auf Java und Compiler und kann dann hier Errors und Warnings ein- und umstellen. Das sind jetzt sicherlich viele Sachen dabei, die Sie noch gar nicht kennen und im Allgemeinen ist es auch sinnvoll, da nicht allzu viel darin umzustellen, weil so wie Sie das standardmäßig eingestellt haben, ist das eigentlich schon ganz praktisch oder schon ganz gut. Aber wenn Sie noch irgendwie vor zusätzlich Sachen gewarnt werden möchten, wie zum Beispiel, dass der Switch Case, dass da kein Default Case oder so ist oder dass ein Switch Case Fallthrough vorhanden ist, was man ja meistens vermeiden will, aber nicht immer. Da kann man halt einstellen, ob man da das einfach komplett ignorieren soll, Info, Warning oder sogar einen Error geben kann. Bei einem Error kompiliert Ihre Datei allerdings nicht mehr vollständig, das bricht daran ab. Ist also jetzt in dem Fall nicht sonderlich sinnvoll. Aber zum Beispiel weint er auch vor ausversehenen Zuweisungen, wie hier oben, also hier Possible Accidental Boolean Assignment, wenn man ausversehen Sachen zuweist, was man eigentlich gar nicht machen wollte in einem F-Statement. Normalerweise ignoriert er das, das kann man einfach zum Beispiel auf Info oder so umstellen. Man kann da noch viel mehr einstellen, da können Sie dann selbst gucken, wie Sie das am besten finden. Ja, dann klickt man hier wieder auf Apply, dann fragt er einen, dass er einen Full Rebuild machen muss. Dann drückt man einfach auf Ja und dann dauert das wieder ein bisschen. Nun geht es um den Debugging Modus. Der hilft einem, wenn man ein Programm geschrieben hat, das noch nicht vollständig richtig funktioniert und man nicht genau weiß, warum. Dann kann man sich mit dem, kann man mit dem das Programm durchlaufen und sich die Variablenbelegungen in jedem Schritt angucken und wie sich die verändern und die Variablen sogar auch selbst neu belegen und gucken, was für Auswirkungen das hat. Dazu muss man das Programm in dem Debug Modus starten und das Programm stoppt dann an einem sogenannten Breakpoint, die man einfach hier vorne mit Doppelklick setzen kann. Also das Programm springt dann, läuft dann normal ab, bis es hier ankommt und hört dann da erstmal auf und von da an kann man dann selbst die Zeilen durchgehen. Dazu geht man hier oben auf Debug. Dann öffnet sich so eine neue Ansicht. Hier drüben stehen die verschiedenen Threads, die momentan laufen. Hier ist immer noch der Code und hier drüben sind die Variablen und die Breakpoints, die man hier auch aktivieren und deaktivieren kann. Und wie wir jetzt sehen, sind wir momentan in der Zeile und es gibt hier eigentlich ein paar verschiedene wichtige Sachen. Also einmal gibt es das Step Into F5, Step Over F6 und Step Return F7. Dann gibt es noch das Terminate, das beendet einfach das Programm oder das Resume. Dann läuft das Programm normal weiter ab, bis es zum nächsten Breakpoint kommt. Oder hier kann man einfach das Programm normal weiter ablaufen lassen und es soll auch alle noch kommenden Breakpoints einfach überspringen und normal weiter ablaufen. Jetzt haben wir hier eine Methode, die heißt TriangleOfBinQF. Und die springen wir einfach mal rein. Dazu gehen wir auf Step Into. Da sind wir jetzt hier in dieser Methode. Was die genau macht, ist eigentlich irrelevant. Es geht nur um das Prinzip. Hier wird jetzt ein Area angelegt. Das ist jetzt hier sichtbar, kann man aufklappen, kann man sich die einzelnen Werte angucken. Und jetzt, wenn hier die Schleife durchgelaufen wird, dann kann man sich hier die Werte angucken. Und hier wird dann berechnet, welcher Wert da hin muss. Also man könnte jetzt zum Beispiel an der Stelle auch noch in die Methode hier reinspringen. Die ist hier oben. Die hat dann wieder einen Methodenaufruf. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel die Methode auf jeden Fall schon funktioniert, dann muss man da ja nicht nochmal extra reinspringen, weil man sich schon sicher ist, dass sie funktioniert. Und deswegen das für die Fehlerfindung eher nicht so relevant ist. Deswegen gibt es dieses Step Over. Weil sonst mit Step Into würden wir jetzt nochmal in die Methode reingehen. Und Step Over halt nicht. Und man kann die Werte hier auch selbst ändern und gucken, was für Auswirkungen das dann auf das Ergebnis oder auf den weiteren Ablauf des Programms hat. Nun noch ganz kurz, wenn sie irgendwo hingesprungen sind, wo sie eigentlich nicht sein wollten. Jetzt hier zum Beispiel wird der Konstruktor von einem Pudel aufgerufen. Das ist eine Klasse, die man in der dritten Hausübung damals erstellen musste. Wenn wir jetzt hier mit Step Into eigentlich in den Konstruktor reinspringen wollen, kommen wir erstmal in Classloader.class. Das ist eine Java-Klasse, die halt die Klasse lädt. Das ist für uns jetzt erstmal nicht so relevant, weil wir davon ausgehen, dass die Klasse jetzt wahrscheinlich funktionieren wird. Und weil wir da auch nichts zu suchen haben, gibt es halt dieses Step Return, damit wir da schleunigst wieder rauskommen. Dann kommen wir nun zum letzten Feature von Eclipse. Und zwar können sie einfach diese ganz vielen Tabs, die sie hier sehen, können sie natürlich auch haben, wenn sie sie denn haben möchten. Also gerade sowas wie die Problems, die Java-Doc und Declaration sind schon ganz praktisch. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel hier über eine Hash-Map rüberfahre, dann zeigt er an, also jetzt hier, das ist ja ein Konstruktor, da zeigt er wie der Konstruktor selbst implementiert ist an. Und zwar diese ganzen Fenster, wenn sie nicht schon da sind, kann man die sich einfach holen oder so. Indem man hier wieder auf Window und dann Show View geht. Dann kann man hier, sind schon die wichtigsten Sachen angezeigt, aber wenn man noch mehr haben möchte, kann man hier hingehen. Und so habe ich zum Beispiel hier den Git Staging Tab, den sie vielleicht im Projekt später ganz nützlich finden würden, mir da hingezogen. Und man kann die natürlich auch einfach hin und her ziehen, wie man das denn haben möchte. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020